Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen TTT-Runde. Ja, und wir haben beschlossen, mal wieder die Schulbank zu drücken. Deshalb sind wir auf der Map Classrooms und mit dabei habe ich den Pauka Ataboom. Ich tue das Like. Den Klassenclown Sponti. Moin, ich stecke in der Wand fest. Den Raufbold und Martin. Servus, da sind alle tot. Den nachsitzenden Heiler. Ja, und ich würde gerne Martin umbringen. Ja, komm her. Like ist dabei. Moin, moin. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle. Ja, du und dich? Ja, ich bin der Vleddick und damit ist die Runde freigegeben. Hat jemand Disco? Hilfe. Warte, draußen war auf dem Parkplatz. Ich habe solche Schmerzen. Martin ist es. Martin schießt auf mich. Ohne Scheiß, ich hoffe, es habt ihr jetzt endlich gehört. Ja, wir haben das gehört. Ja, krass. Irgendjemand ist gerade reingelaufen und hat einen Detektor gewohnt. Wer ist das hier? Ah, Martin. Martin war es auch, ja. Vleddick, Vleddick. Endlich ist er mal gestorben. Heiler. Was denn? Wo versteckst du dich? Ich habe gerade Martin gekillt, aber ich bin safe. Wer sei denn du bist. Wo denn? Wo hast du den denn umgelegt? Ich auch nicht. Sonst noch wer am Leben? Weiß ich nicht. Ich muss mal durchfragen. Aber anscheinend nicht. Ich war ja schon leichter Seher. Schüssehöre. Von da hinten. Ja, du warst es. Das war eine Kielerunde. Ich konnte nicht mich bewegen. Ich war an der Wand gebackt. MVP. Guck mal den, äh, die Konsolen-Chat. Ja, hab ich gesehen. Ausgeschrieben. Äh, Kampf der Cousins, äh, Familien-Elders. Ich habe mich trotzdem sicherheitshalber Verstärkung geholt, weil Mike sonst so schlecht stirbt. Aber diesmal ist er sehr gut gestorben. Hat er gut gemacht, dachte. Flike hat sich etwas mehr gewehrt, ist aber auch gut gestorben. Er zickt doch immer rum. Ja, aber er ist erstaunlich gut krepiert. Ich verstehe einfach nicht, wieso ich immer diejenige bin, die sterben muss als erstes. Sponti, nein, Sponti ist zuerst gestorben mit Atta zusammen. Richtig. Die von Madin umgebracht wird, meine ich. So, ich bin unschuldig, beweist mir erst das Gegenteil. Ich bin auch unschuldig. Du hast gerade geschuldig, Alter. Unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, ne? Ah! Normalerweise halten wir es auch so. Ah! Wer hat hier geworfen? Wer hat denn da so einen? Wer hat denn da so einen geworfen? Wer hat denn da so einen? 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 Ja, aber die wirfst du, Madin, genau. Ich bin froh, dass das hier eine alte Schule ist, dass die Feuermelder nicht sofort losgehen. Wow, wow, wow! Weil es keine gibt. Ja, stirb. 3, 5, 7. Brenn nie da. Ich glaube, ja, Alinka hat sie die hinterher geschmissen. Atta hat gerade, glaube ich, den Heiler abgeknallt. Nein. Könntest du meine Waffe kontrollieren? Heiler, lebst du noch? Ja, Atta. Ja. Wo liegt der denn? Wo hast du denn da hingelegt? Wo hast du denn da hingelegt? Ich habe gar kein Umgelegt. Ich habe 8 von 24 Schuss umgelegt, sondern hingelegt gesagt. Ich habe eine Bombe. Wo? Wo, 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 wo? Hier hinten. Ja, hier hinten ist gut. Du versteckst dich schon davor. Wo? Was ist hier hinten? Ich habe es doch gerade gesagt. Ich habe es doch gerade gesagt. Weg da, Madi. Habe ich nicht gerade gesagt. Ja, Kledek war eh nur. Die Sonne direkt neben mir hochgegangen. Du, der Kledek. Da ging er von lang an. Oh, da war noch einer. Geht ihr noch da? Der Heiler? Ja, da war noch einer. Da wurde jemand erschossen. Sponti? Ja. Aufgeräumt. Was gibt es doch? Dass ihr beiden direkt erstmal wieder hier Traitor seid. Ja. Für 2C4. Alter, meine Inno-Serie in einem weiter Lauf. In den Auge haben. Ich laufe in das Blut 3C4 rein. Ich habe es nicht piepen hören. Wenn es piept, bist du in Reichweite. Ich habe es nicht gehört. Deswegen habe ich mich versteckt da hinten. Wenn ich es nicht piepen höre, bin ich noch safe. Da kann ich nur ein paar Schritte weiter gehen. Aber konnte ich scheinbar nicht. War eine easy-Runde. Nee, 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 nee. Nein, ich wollte die Shotgun. Ja, wenn ihr euch wundert, warum es vielleicht so komisch anhört. Er ist ein Stimmbruch. Ja. Er hat jetzt auch eigentlich 8. 10. Er hat 10. Das regt mich auf. In jedem Spiel? Ja. Ja, erzähl ruhig weiter. Sprech dich aus. Was möchtest du uns sagen? Aua, Aua, es piept. Nein, nein, nein. Ich glaube, Atta ist tot. Wo ist Atta? Deshalb hat er mit einem Satz abgebrochen. Nein. Er ist Peter. Er hat gesagt, in jedem Spiel. Mehr habe ich nicht gesagt. Ach so. Ja, warum? Hallo? Hä? Beende doch deinen Satz. Hab ich doch. In jedem Spiel. Mehr habe ich nicht gesagt. Nein, das ist kein ganzer Satz. Eine Fortschrührung von seinem Satz, den er nicht beendet hat. Hä? Wer ist ein, Atta? Du bist hier froh. Er hat gesagt, ich bin Dete. Und habe ich gesagt, in jedem Spiel. Oh nein, Martin ist Dete. Alter, Martin, deine Granaten nerven. Ich gehe jetzt Volleyball spielen. Ich gehe Volleyball spielen. Okay, ich aktiviere die Fälle. Okay. Zeig mal. Warum bist du Hürst? Weil du auf ihn geschossen hast. Nein, warum war er schon? Nein, weil einer dieser komische, das Trabscherbomben, die heißt da geworfen hat. Ich bin jetzt am Volleyballfeld und jetzt schon wieder. Und jetzt bin ich auch drauf. Für keiner das Ding hoch. Wer? Ich glaube, du bist es. Nein, ich bin es. Alika ist Traitor raus. Sponti hat Alika gemacht. Alika. Was hat er mit Alika gemacht? Ich will mal nicht wissen. Ich glaube, er hat sie auf sein Dach geführt. Eila, wieso ziehst du auf mich? Ich glaube, ich fahre wieder rum und gucke. Ja, ich gucke auch nur und laufe hier. Wer liegt da am Boden? Sponti. Ja, Sponti war es. Alika ist der. Und hier liegt der Atavu. Wo liegt die Alika? Hier vorne. Die liegt hier. Ah, okay. Also, Heiler, Marvin oder ich? Äh, ich bin Dete. Ah. Warte mal. Ich habe mich geschossen. Like. Ja, du bist es auch. Like, er hat sie geschossen oder wer hat sie geschossen? Brand. Brand. Du rennst da einfach stumm vorbei, blättig. Ah, was? Der blättig ist... Ich habe eine Leiche an der Hand. An der Hand? Was wolltest du mit meiner Leiche machen? Hehlerei oder was? Du warst mit deinem Stab an gewisse Stellen, wo ich die nicht haben wollte. Ich wollte die Körbarteile verkaufen. Das gibt gut Geld am Schwarzmann. Aber doch meine... Redet sich aber aus Erfahrung. Der wieder ist in der Pause gewesen. Jetzt weiß ich, als ich bei dir war, warum ihr auf einmal einen Finger gefehlt habt. Das weiß ich auch, wo er hin ist. Aber du hast ja günstig wieder bei ihm ersteigern können. Ja. Also er hat echt... 65 Euro pro Hautfetzen. Wenn ihr einen Finger brauche, ich empfehle gern blättig. Wie er auf jeden Zug aufspringt, ich glaube es nicht. Du, du, du. Seine Leber sind auch immer frisch. Ach, seine Leberwerte, ja. Ja, die menschlichen Lebern, da kenne ich die Bauern, wo ich sie kaufe. Ach, wo? Oh, da ist jemand auf dem Dach umgefallen. Nein, Blättig, nein! Blättig ist es! Ey! Oh. Warte. Blättig, geh weg. Achso, ach du bist das. Kurz. Guck. Er war Traitor. Also lass mich in Ruhe, ne? Also ich bin proven hier, ne? Und ich hab... Oh, geil, ich hab eine AWP. Und Sponti. Ah, Lika hat auf mich geschossen. Und Kipp rum. Das ist nicht wahr, wie der Typ nicht stirbt. Ich auf zwei soll ich leben. Ja, du hättest schon dreimal tot sein müssen. Vor allem, ich geb dir halt nur schön aus der Entfernung die, äh, schon ganz schön. Game, das ist ja das Unglaubliche. Ich geb dir schön präzise Schüsse in den Oberkörper und du stirbst einfach nicht. Präzise nennst du das halt heutzutage. Lunge, Lunge perforiert, Herz durchlöchert. Das sieht aus wie ein Schweizer Gäse, aber nein. Der Mann den lebt weiter. Wer hätte es vielleicht mal Munition nehmen sollen, die Platzpatronen. Ja, dumm, dumm Geschosse. Achso. Oh, ne, der ist schon wieder blau. Och, ne, nicht schon wieder der blau. Geht, Willkür ist wieder da, Leute. Oh nein, Atta. Ich hab auch Angst. Ich bin harmlos. Und ich habe... Sagen sie alle und dann schießen sie mich. Radamann. Radata. Ich hab Radata. Radata. Radatui. Rauchgranate. Alika, geh weg, geh weg. Oh, hey, Alika, was soll das? Ich hab doch gar nichts geworfen. Ich hab doch gar nichts geflogen. Hi. So. Wieso warst du im Traitor? Oh, Sponti, Sponti probiert das Munitionswegwerfen aus. Ja, ich wollte das mal ausprobieren. I learning, I learning by anderen zu singen wie How Doing. Hallo, Leute. Wie How Doing. Also wie, wie man es macht. Genau, wie, wie. Wie, wie. Wie, wie. Wie, wie. Oh, on the water. Bis wieder, Heiland. Fire in the sky. Fire in the hole. Rauch. Fire in the hole. Oh nein. Es fehlt auf mich. Oh, in dem Moment geht tatsächlich eine Granate hoch. Oh, und zwar Feuer. Der schöne Pausenraum. Na toll. Ja, egal. Wir brauchen eh neue Geschlecht. Ist die Mensa, oder nicht? Ja. Ja, ich glaub doch. Sag ich doch. Was liegen hier nicht für schöne Waffen. Weil der, weil auf dem Parkplatz liegt eine Bombe. Auf dem Parkplatz liegt eine Bombe. Irgendwo wird zu viel gesetzt. Hör irgendwas. Können wir was piken? Auf dem Parkplatz. Nein, Flyke. Flyke sagt das bestimmt wieder nur falsch. Und dann liegt in Wirklichkeit eine hier irgendwo bei der Bibliothek. Nein, auf dem Parkplatz war's. Siehst du? Ich hab's doch, siehst du, ich hab's gesagt. Tatsache. Ausnahmsweise richtig. Und wer war auf dem Parkplatz? Ich nicht. Flyke. Hallo. Ja, weil ich da auch gesehen habe. Wir haben ja gar was getrunken. Irgendwann, ja. Ich hab's auch gerade ruhig zu hören. Drück mal auf das Netz. Dein ist hier oben. Wie bitte? Drück mal aufs Netz. Ich will das mal sehen. Was soll ich? Wo? Was? Auf das Netz. Du weißt ganz genau, was ich mein. Nicht? Oh. Oh. Hilfe. Lass versuchen, wo die Leiche war. Warte, Ayla und Atta, die kommen mir so vertraut vor. Den stört das auch nicht, wenn die hintereinander laufen. Hallo, Atta. Ich guck mal hier hinten. Ja, hier ist eine tote Leiche. Tote Leiche? Leichen sind immer tot. Martin? Ich hab noch nie eine so tote Leiche gesehen. Okay. Wie tot soll sie denn bitteschön sein, eurer Meinung nach? Ich hab mal den DNA-Scanner aufgehoben. Ja, ich überschätze dich. Warte. Benutz. Ja, das bringt nichts. Er ist verbrannt worden. Er ist explodiert. Da wird keine DNA dran sein. Der Highlight zielt auch uns. Halt euch im Auge. Stimmt. Hast du recht. Sprummt euch. Ja. Lebt vielleicht noch? Ich glaube, ich spiele noch mit Volleyball. Ich lebe noch. Ben, 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 Ben. Nein. Oh, scheiße. Ich steh auf Schmerzen. Ich steh auf Schmerzen. Geh... Ja. Hier wo, brennt jetzt auch? Das hört man. Sponti, lebst du noch? Atta! 6 Leben Flyg? Äh, ja Heiler? Heiler Oh fuck Heiler, es ist euch Das bist du Wenn der Heiler tot ist, dann bist du es Er ist doch einfach wie der Pumpe Er wollte es ja lustig machen Meine linke Maus hat nicht 100%ig funktioniert Ich drücke und ich drücke und ich drücke Ey, ich glaub's ja nicht Ich hätte auch mal gerne Trader Ich will auch mal Trader sein mit einem vernünftigen Partner Und nicht jemanden, der schon vor mir stirbt Nicht so wie Bleddick Ja, Bleddick ist vor mir getötet worden Das ist a hard fist life Und mal wieder den nicht tötbaren umgelegt hat Aber guck mal, wo Bleddick steht in der Punkteliste Hinten? Wie immer? Nein Du musst dich da weiter drehen, willst du mich unten sehen So, jetzt lass mich doch auch mal Trader sein Das wär so schön Ja, okay, wir beide machen uns später Das wär so toll Wenn der Erstbompe die ist Alter, ich will du wieder, Enno Ja, toll Ich sollte echt nicht ansagen Das bringt gar nichts Echt, Bleddick, das ist doof, wenn du das machst Warum machst du das denn? Du weißt das doch genau Warum hast du das nicht gemacht? Du hättest auch ansagen müssen Ich dachte, du wolltest auch mal irgendwie was erreichen Ja Menno Ich muss halt noch lernen Ja Wir müssen da noch mal ein paar Lektionen durchgehen Ja So, ich versteck Ich werd mich jetzt mal eine ganze Folge lang hier verstecken Wo denn? Wo ist hier? Irgendwann ist da Ja, hier Du sollst nicht passen, Alika Ja, und er war blöd Nichts geht mehr Was? Ich hör nur Explosion, Alter Das ist wie im Krieg Schule ist Krieg Was für eine Granate gehofft hier? Arja Weil keiner hier durchgehen soll Nicht mal ein Du Nein, Dete Oh, wer liegt denn da? Besteht da hinten? Ah, verdammt Meine Nase hat gejuckt, Entschuldigung Bleddick, was machen wir da? Bleddick, was machen wir da? Ich suche eine richtige Waffe Oh, Martin Shit, 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 shit Martin, wollen wir jetzt loslegen Und alle töten Auf geht's, Atta Erst du oder nicht? Okay Sag einen Namen Und du tötest sie zuerst Alika Alika Alp, komm Los, tuchen wir Ich glaube, die ist schon tot Oh ja, die ist schon tot Bisschen in Action Bisschen in Action? Okay, dann töte ich dich Nein, warum machst du so eine Scheiße mit mir? Okay, Arta ist es Scheiße, Dete Warte, 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 warte Ah, gut, ich bin da Arta ist es Belebt mal wieder Heiler Ich hab noch zugegeben, dass ich auch so abgeschlossen habe Hallo Das ist echt zu random gewesen mit Atta jetzt Ja So, er hat einen hingelegt Ja, ich hab aber gesagt Scheiße, ich hab ihn auch sehr umgekehrt Ja Ich war trotzdem Ich dachte, aus Versehen Genau Ja Aus Versehen Ja, aus Versehen Er hat von Missing in Action gesprochen Richtig Ja, aber ich hab gesagt Das Alika noch da rumgerichtet Ja, kann ich aber nicht sehen Er hat ja gesagt Er hat ein bisschen in Action gesagt Darauf hat keiner was gesagt Dann hab ich einfach abgeknallt Ja, richtig Der Mist schon wieder Ich hab zwei Schüsse mit der Seilen-AVP am Dete vorbeigeschossen direkt am Anfang Ich hab schon wieder mich aufgeregt Ich bin schon wieder Inno Oh Also die letzte Aufnahme und diese gefallen mir überhaupt nicht, muss ich sagen Weil du nie Traitor warst Alter, was soll denn der Mist Also nur Inno sein ist echt mega low Muss ich mal wirklich sagen Noch nicht mal Dete gewesen Dete? Ne, ich war nur Inno Komplett Konsequent Werde ich mal bitte geheilt? Ich wurde gerade von der Granate angeworfen Ich hab 20 live verloren Er ist nicht proven Ja, äh Ich denkst du, ich schmeiße eine Granate auf mich selbst? Wir sind alle nicht zu tun Ach, meine Waffe auch weg Wir sind trotzdem alle nicht proven Wer möchte mich suchen? Lol, Martin, du Vogel Ich nehme auch die Crowbar in der Hand Ich schickst dich mit der Waffe in der Hand Ne, warte, ein Magnetostick Moment Vielleicht kann ich keinen Schaden machen Lass mich doch aufs Dach hoch Alika hat siehre auf hier hin Hallo Alika hat, Alika hat gerade auf dem Laddick gelt Ja gerade eh, egal was ich sage Ich habe nicht mehr genug Credits Tut mir leid, habe nicht mehr genug Credits Ah, super AP wäre zu teuer Martin, warum bist du verletzt? Äh, jemand hat eine Granate auf mich geworfen Und übrigens, da schießt gerade jemand in der Bibliothek Nein, das war eine Granate, äh, ein C4 Oh Weil weißt du, was das C4 war? Weil ich das am Geräusch höre Weil du es selbst gelegt hast, ne? Nein Ich habe da unten was Grünes stehen Juh, 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 juh Oh nein So Oh, ho, ho Oh, krass, du hast es geflogen Malin, du kriegst jetzt die einmalige Chance auf mich zu schießen Sag ich doch Hey, Flyke Ja? Ja, das war es auch schon, ne? Hä, was? Ich habe gehört, Atta ist es Ja, Atta ist es auch gewesen Malin, der hatte gerade irgendwie ein Baby-Dau-Tor-Sign was Deine Chance Du willst nicht? Von, die kommt hierher Nicht wirklich, Flyke Aber, geh mal lieber weg, okay? Voll, Dete Von, was dann? Von, die stehe direkt daneben, von daher Das macht ja nichts, vielleicht hast du es ja übersehen Vielleicht müsst ihr den Treter ja gerne wieder benehmen Ich habe ihn ja getötet, von daher Immerhin Sorgen Was läufst du denn so hinterher? Kannst du mir ruhig folgen, damit du aussiehst, dass ich ihn entsorge? Hier liegen genug Könnte ich ja jetzt mit nichts abknallen Ganz blöde Frage Ach, Atta ist hier gut Ich habe mir schon gedacht, wo ist Atta? Ich spiele mit meinen Atta Und der Atta, der spielt ja mit mir Atta, schaukeln? Oh, da sind gar keine dran, Atta Oh, Gott Kletter mal ein bisschen Bonte, ich muss jetzt mal Atta wiederbeleben, okay? Ich muss jetzt mal Atta wiederbeleben, okay? Lass mich spielen Okay, Atta, komm Ihr seid doch nicht mehr Ui Ui Nochmal, Atta? Ui 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 Klatsch, klatsch, klatsch So Alter, wie immer stark, was? Wir hängen schon wieder viel zu viel auf dem Haufen Nur so nebenbei Atta, du wolltest doch da hinten auf den Rand Von oben Wer ist es? Wo ist es? Na toll Also bist du es wieder Wusste ich's doch Ich hab ne falsche Waffe für den Fernkampf Wie immer Vielleicht von Atta zusammen Traitor werden Weißt du, wie viel keiner hört Ich will auch mal so einen guten Partner haben Ich hab nicht einen Schuss abgegeben Also Ich werde gerne mal Traitor Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist Was war Traitor nochmal? Verräter, ne? Das waren wie die, die Spaß haben, ne? Du hast unter C Das war die mit rotem Namen Ja Ah, okay, okay Du hast unter, unter C hast du Sonderfunktionen Wie viele habt ihr beide noch? Bleddig und Sponti, äh Bleddig und Sponti, ja? Ich hatte 36 Ich hatte glaube ich 32 oder so Bin mir grad nicht, grad unsicher Hab nicht drauf geachtet Bin mir grad nicht unsicher Ja, weißt du, was ich mein Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir unsicher bin Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir inno werde Sponti jetzt rocken hier Das ist doch nicht zu fassen Oh, Sponti Ja, Sponti, diese Runde bist du Momentan ist das echt schlimm Also die letzte Map war ich ja Konsequenz Ist das die letzte Runde? Ja Äh, ja Oh, das gibt's nicht Oh, das gibt's doch nicht Alter, jetzt hab ich echt die Pech an der HG An der HG? Double G Und ich, ich fürchte, Atta wird mich gleich abknallen Da wird er sagen Das war ein Versehen Das war's Live Dann werden alle auf Live rauf gehen Leute, wenn ich gleich nicht mehr rede, war's der Heiler, okay? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Heiler ist Ich hab' mir Shotgun gehört Martin? Martin? Woher liegt er? Wer ist jetzt ein Random Kill bei Heiler? Heiler liegt hier, also das ist Martin Achso Er ist ja raten Er ist so ein Schwein, echt Er ist so ekelhaft Scheiße Oh, was, was? Wo kommen die Schüsse her? Auf dem oben Nein Auf dem Dach ist grad Action Der DT ist gestorben Und ich habe den Rater gemacht Das hat bei mir Ich glaub, meine Leitung ist grad ein bisschen Indefekt Wir schießen da oben auf dem Dach Identifizieren sie sich Ich bin hier oben nicht Ich habe hier den Traitor gemacht Äh, Alik hat es hier Beweise Der DT ist tot Ja Und du bist hier oben Ja, dann guck mal, wer den DT ist Guck mal den Traitor an Und schau, wen er getötet hat Wie soll ich denn sehen, wie er getötet hat? Ganz rechts in der Liste von diesen Zeichen Ach, kann ich sehen? Ja Bei mir ist dann nix Alika, Atta, Flike Hilo und Lelika hat er noch Kommen wir nicht runter Atta Was machst du mit der Atta? Proziere meinen Triggerfinger nicht So, bevor Atta denn jetzt gleich revivet hat Vollständig Atta umdrehen Oh, hier ist der Putzraum, Atta Oh, jetzt ist es schon ganz schön hart, muss man sagen Wir schießen da die ganze Zeit wehrkühlig Atta, ich beschieße uns durch ein Glas Wer gewinnt? Oh Glas Das Glas gewinnt Alter, wieso kommt man hier so schwerfällig die Leite runter? Kann mir das einer erklären? Oh, 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 ich schieße gleich Atta, ich schieße, ich schieße Mach doch Alika verfolgt mich, äh, oder ist es Alika überhaupt? Alika? Ja, ist Alika, okay Verfolgt mich, das macht mir Angst Ja, ich tobe dann was, Atta Wieso, kuschelt die hier zusammen im Raum, oder wat? Nee Oh, diese blöde Leiter, man kommt hier nicht runter Gibt's hier noch einen anderen, kann man hier auch durch? Ja Ja, kannst du Die Leiter besser? Ah, tatsächlich So, jetzt machst du fällig Fall da mal runter Achso, jetzt bist du fällig Was ist nun mit euch los? Hallo Alika Hallo Atta Er leg los, knall ich ab, komm Alika, wie viel Zeit haben wir denn noch? Knall ich ab? Auf meiner Uhr eine Minute 55 Passt ja Auf deiner Uhr? Auf meiner Uhr? Äh, zehn Minuten Nein, nach deiner Uhr steht da eigentlich was anderes Flygtöten Achso, okay Weil er die Dete gekillt hat Mhm, sicherlich Aber da war doch Maddy mit drin, oder nicht? Guck mal Maddy den Fleicher an Guck mal den Fleicher an Und scroll ganz nach rechts Äh, bis zu diesem Archivteil Ja und? Ich kann nicht meine Maddy war kein Dete Kann sein, dass du nicht genug Credits mal hattest Maddy den war Traitor Ja, ja Da reißt du, der Schlossau Ich spott dich vor allem noch gar hin wieder Das war mehr als böse Boah, wie dreist Spotti, wie dreist Spotti, Spotti, komm her Komm her Ja, krass Juhu Wie es aber auch keiner versteht Äh Das war die letzte Runde Ja So, ähm Kommentare dürft ihr gerne unten hinterlassen Über Daumen würden sich die wir jeweiligen auch freuen Den Link zu den anderen findet ihr in der Beschreibung Und bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Tschüss